Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Ja, willkommen zur Event-Vorschau von 2019. Wahnsinn. 2018 ist bald rum, morgen ist schon der 31. Das ist einfach unfassbar, wie schnell das Jahr 2018 rumgeht und jetzt dann schon wieder Januar ist. Das ist einfach Wahnsinn. So, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Event, nämlich dem Recyclo Mart. Ein Mini-Event vom 3.1. bis zum 4.1. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Wir können eben wieder Farmtaler sammeln. Weiter geht's mit dem Kuchen-Event, das wir jetzt schon lange nicht mehr hatten. Ich finde es jetzt auch nicht ganz so schlimm. Das Geilste ist es jetzt nicht, aber auf jeden Fall, es geht vom 4.1. bis zum 8.1. 2019. Hier haben wir die 4 Event-Curve. Hier können wir schon mal die 2 Items erkennen, die es geben wird. Das hier bekommen wir wieder umsonst und das hier eben nur durch den Event-Corp. Das bringt dir dann eben diese Uhr, um die Zeit eben zu verlängern. Event-Sticker. Und ja, das finde ich, ich weiß noch nicht, ich glaube, irgendwie wird da was anderes sein. Denn hier haben wir diese, normalerweise sind es ganze Tickets, nicht immer so zerrissene Tickets. Jetzt, ich weiß nicht, ob wir halbe Kuchen jetzt herstellen müssen oder keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was uns da erwartet. Und eine Box zu diesem Event wird es auch geben. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur im Event oder vielleicht bei der Wolken-Reihe dann die Box eben geben wird. Mal gucken, ich bin mal sehr gespannt. Die Event-Erklärung haben wir hierzu auch noch. Hier sehen wir dann nochmal diese 2 Items. Das hier gefällt mir richtig gut in dieser Variante. Aber ja, mal gucken, was uns da erwartet. Hier zum Beispiel ist ein angegessener Kuchen, ob wir da ein Stück Kuchen, ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt ja nicht mehr lange hin. Das ist ja diese, beziehungsweise nächste Woche. Ich bin mal gespannt. Renntier-Quest vom 5.1. bis zum 8.1. Die Renntiere, die Zucht, die kennen wir ja bereits. Die kam jetzt eigentlich fast jedes Jahr. Das ist halt eine kleine Mini-Event-Quest, wo wir dann eben Renntiere züchten müssen. Wo es halt wieder dieses Pack-Renntiere, oder da gibt es ja diese verschiedenen Renntiere, die danach wieder in Moospenny umgetauscht werden und aus dem Spiel genommen werden. Mal gucken, was es dort geben wird. Weiter geht es mit dem Country-Layer-Event inklusive Support-Quest. Support-Quest ist eben eine Quest, die während dem Event noch läuft, wo wir eben das Haupt-Event dadurch unterstützen können. Das ist einfacher, weil bei der Support-Quest gibt es ja meistens irgendwie Drop noch zusätzlich oder, ähm, ja, weitere Event-Pflanzen, wo wir dann eben normale Sachen abgeben müssen, wie Tiere pflanzen und sowas. Also denke ich mal, dass das so sein wird. Äh, vom 9.1. bis zum 15.1. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Event sein wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Tiki-Rätsel-Stall. Endlich hieß es mal wieder soweit, das letzte Tier war ja, boah, Oktopus? Es müsste Oktopus gewesen sein, ja. Ähm, auf jeden Fall vom 11.1. bis zum 13.1. und es sind, ähm, ja, zwei Tiere zur Auswahl. Muss aber nicht so sein. Können auch andere Sachen, weil die sind schon mal in der Gerüchteküche aufgetaucht. Zebra oder, also es kommen nicht zwei neue Tiere, entweder das Zebra oder die Hyäne, kann aber auch theoretisch irgendein anderes Tier sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mir keine holen, aber trotzdem freue ich mich immer riesig auf Tiki-Rätsel-Stelle. Die Anaconda-Zucht, äh, vom 16.1. bis zum 21.1., die wurde ja schon vor Monaten angekündigt. Die Fuchszucht wurde auch mal angekündigt. Die wird dann dieses, beziehungsweise 2019 auf jeden Fall kommen. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern, denke ich, ähm, aber jetzt erstmal die Anaconda-Zucht. Zuchtvorbereitung startet, ja, meistens eine Woche davor. Also wahrscheinlich so gegen 10.11.12. rum, ähm, wo wir dann eben schon im Farmerstatter die Grund, ähm, also normal gelb und orange, ähm, erwerben können für Moospenny, beziehungsweise einen orangenen für Tulp-Gulden. Und dann können wir uns eben für die Zucht vorbereiten. Und dann geht's halt richtig zur Sache. Dann kommt die richtige Zucht. Das Futter wird wahrscheinlich nicht geändert. Ich werde auch nicht teilnehmen, weil ich, keine Ahnung, dass in meiner Scheune auch kein Futter produzieren möchte, weil es mir einfach zu teuer ist. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt. Die Designänderung, ähm, ich muss sagen, mir gefällt das aktuelle Design besser wie das Neue. Okay. Aber das ist Geschmackssache. Layer-Event vom 16.01. bis zum 21.01. Ja, das sind drei Events, die gleichzeitig starten. Da kommt nochmal ein Event. Layer-Event, keine Ahnung, was da kommen wird. Bin sehr gespannt. Jetzt kommt ein richtig langes Event. Das geht einen halben Monat lang, oder fast einen halben Monat lang. Das Wikinger-Event vom 16.01. bis zum 30.01. Ich hab kein Bock! Dieses Wikinger-Event, das geht mir auf den Sack. Immer dasselbe. Ich hoffe mal, dass wenigstens irgendwie was geändert wird, weil es geht jetzt eigentlich auch ziemlich lange. Vielleicht wird es ja auch irgendwie mit anderen Events verknüpft. Das kann natürlich auch sein. Hat man ja schon mal zum Beispiel mit dem Angel-Event, mit diesem Flickenteppich, oder was das auch immer war vom Top-1000-Event, dass es vielleicht irgendwie mit anderen Events verknüpft wird. Mal gucken. Gespannt bin ich nicht. Wikinger-Event. Da muss ja auch nicht viel zu sagen. Vollmond-Event inklusive Update vom 23.01. bis zum 30.01. Also Vollmond-Nacht. Ja, aber Vollmond-Event. Man muss sich halt eben entscheiden, ob man eher für die Pilzschlucht weiterarbeiten möchte oder beim Event teilnehmen möchte. Ich werde wahrscheinlich eher beim Event teilnehmen. Aber mal gucken. Vielleicht ist es ja ein totaler Bullshit, was da kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann haben wir auch das vorletzte Event Hidden Objects von 23.01. bis zum 30.01. Hat man im November. Das ging einen halben Monat lang oder vielleicht sogar länger. Ja, auf jeden Fall. Es ging echt saumäßig lang, dieses Event. Es ist ein cooles Event, ja. Aber als ich das gespielt habe, habe ich mir gehofft, dass dieses Event Monate nicht mehr kommen wird. Und siehe da, es ist schon wieder hier. Vielleicht wird es geändert. Vielleicht verpilgt sich hinter den Namen doch ein anderes Event. Hoffentlich wäre es schön, aber ich glaube es nicht. Weil dieses Minispiel, das dauert halt einfach zig Milliarden Jahre. Es macht schon Spaß, aber irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr, das zu spielen. Aber es gab dafür gute Preise, sehr, sehr viele Nebenpreise. Deshalb bin ich trotzdem irgendwie schon gespannt, was uns diesmal erwarten wird. Und dann haben wir das letzte Event, das am 31.01., also Ende Januar, starten wird. Und wie lange es gehen wird, ich denke mal ganz normal die sechs Tage wieder. Ja, aber mal gucken. Vielleicht geht es ja auch länger, vielleicht auch kürzer, wer weiß. Spawn Character Event. Hm. Ich finde das ein sehr interessanter Name, aber ich habe keine Ahnung, ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Ich würde sagen, wir warten einfach ab Monat. Das halt mal aus. Unser Kalender ist wieder vollgepumpt mit Events, das ist Wahnsinn. Wir haben keinerlei Eventpause. Nee, gar nichts. Wahnsinn. Ja, so ist das. Ich habe, ja, Januar halt, ne. Zu viele Events. Viel zu viele Events. Wikinger Event müsste nicht sein, das könnte man weglassen. Dann hätte man weniger Arbeit, aber nee. Nee, ist halt so, ja. Im Februar, ich weiß nicht mehr, wann dieses Geburtstagsevent war. Das war doch immer Anfang 2000, also Anfang des Jahres. Ich weiß aber nicht, ob es im Januar, Februar oder März war. Ich glaube, es war immer im Februar, aber sicher bin wir auch nicht. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht kommt ja dieses Jahr gar keins, wer weiß. Wäre natürlich schade. Geburtstagsevent sind eigentlich immer die coolsten gewesen. Ich weiß noch, damals gab es eine Stadt, die komplett verziert war mit Ballons und allem drum und dran. Aber das macht man ja nicht mehr. Es gibt ja auch keine Eventplätze mehr. Ist ja alles zu viel Arbeit. Alles zu viel Arbeit. Es ist ja auch selten, dass mal der Farmhintergrund geändert wird. Jetzt ist ja gerade Schnee. Oder dieses Weihnachtshintergrundbild. Und das, dass jetzt auf mehreren Wiesen Schnee liegt, das ist ja auch nicht immer. Das ist auch nur einmal im Jahr am Weihnachten. Sonst gibt es da nie was. Das ist einfach zu viel Arbeit. Gut, Januar. Mal gucken. Das eine oder andere Event klingt interessant, aber ja. Mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu diesem Monat, zum Januar, in die Kommentare schreiben, würde ich sagen. War es das mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Tschö.